hallo hier ist mal wieder anna mit den spielten news es ist der 16.12.16 schönes datum hallo hat bisschen gedauert in der letzten zeit mit spielten news ich konnte leider nichts aufnehmen es kam auch wirklich nicht so viel durch von oben und wenn da nichts kommt kann ich machen aber jetzt kommen wieder ganz stark an botschaften ich krieg aus der geistigen welt und deswegen möchte ich euch die gerne mitgeben das geht ja stark auf weihnachten zu und da kommen also vermehrt irgendwelche informationen runter die sich immer wieder wiederholen und genau die habe ich notiert und möchte ich euch jetzt mitgeben eine ganz starke botschaft die ich zurzeit krieg ist das christus zeitalter geht zu ende das heißt ja 2016 man sagt immer auch im astrologischen bereich dass wir auf unserer erde bestimmte zeitalter haben das fische zeitalter das wasser mein zeitalter ich sprach schon mehrfach davon so genannt die new age bewegung wer das kennt new age ist einfach neue neue ära neue epoche und man sagt schon seit letztem jahrhundert namentlich 70er jahren dass wir hier in eine neue zeit rankommen das wassermann zeitalter sozusagen vorher war das fische zeitalter davor der weder davor der stier also das geht die astrologische das astrologische kreis den astrologischen tierkreis rückwärts herum und jedes zeitalter dauert etwa 2000 jahre und man kann sagen etwa von christliche geburt im jahr 0 also sagen bis plus minus jahr 2000 hat das fische zeitalter hier gewirkt und jetzt setze ich mehr und mehr das wassermann zeitalter durch und was ich ganz stark kriegt wie gesagt ist die botschaft diese zeit geht wirklich zu ende das fische zeitalter geht zu ende damit aber auch die christuszeit irgendwo das heißt ganz konkret im fischer zeitalter war es ganz wichtig dieser haltung der inneren hingabe zu haben man hatte also gesehen irgendwo da oben war irgendwo ein gott im himmel und wir als menschen waren stück weit allein gelassen auf uns selber gestellt ich muss dazu kurz erwähnen dass in vorigen epochen es üblich gewesen war zum teil dass götten und götter und es waren mehrere das war nicht nur einer hier auf der erde auch wandelten also konnte ich wirklich die könnten körperform annehmen das glaubt man heute nicht mehr aber ich glaube dass es wirklich wahr ist das war damals möglich aber das ist hat sich gewandelt schon während das wieder zeit alters etwa und jetzt ganz klar zum zum christus zeitalter sage ich mal zum fischer zeitalter hin da hat man wirklich nur noch ganz klar ein einzigen gott wahrgenommen der hoch im himmel war sozusagen unsichtbar den man auch nicht benennen sollte während wir menschen hier unten auf der erde waren und es war unsere aufgabe wirklich wie bei jesus christus auch sein leben und wohin zu geben für irgendeine große sache größere das heißt ich sehe wirklich dieses bild von mir wie wir sozusagen auf die erde knien und unseren blick nach oben wenden wir bitten wir beten wir hoffen wir können auch klagen natürlich ja und wir hoffen auch wirklich dass von oben etwas gutes kommt das war diese sache dass wir ja in dieser bittstellung oft waren und in dieser in dieser haltung auch der hingabe das göttliche war nicht fassbar das war abstrakt es war weit oben und genau das war diese 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 bewegung wir sind so zu auf den knien und richten unseren blick nach oben und diese diese geste die haben im grunde im ganzen leben über entwickelt das heißt im grunde das erste war es gott gegenüber zu entwickeln aber wir haben es auch entwickelt in unserem leben überall das hat sich die religion ganz stark ausgebildet wo wir auch religiöse vertreter hatten die in einer starken reichen stand das hat sich auch in in staaten ausgebildet dass wir starken reichen hatten wo ein ein chef kann ich mal sagen ganz oben an der spitze steht und es eine starke hierarchie bildet und je weiter wir unten auf der hierarchie leiter sind desto müssen wir müssen uns sozusagen ergeben oder hingeben an eine obrigkeit wir haben dasselbe in staaten in firmen in in der religion auch gehabt und man muss leider sogar sein partnerschaften da wurde auch der mann eher nach oben gestellt und die frau sollte sich ihm hingeben also wirklich eine hierarchie ganz oben steht gott dann steht da stand da die religion zum teil dann der staat dann könnte ich heute sagen die marktwirtschaft also wirklich firmen unsere chefs einfach und dann kommt die kleinen familie innerhalb dessen immer noch der mann normalerweise oben stand also die hierarchie runter noch und jetzt können wir wirklich ganz stark in eine in das zeitalter der gleichheit rein das wasser mein zeitalter das heißt wirklich dass diese das nicht mehr diese hingabe gefragt ist dieses wenden an ein oben sondern wirklich ein gleich sein und das heißt das habe ich heute ganz stark durch bekommen auch ein gleich sein mit gott mit götten was auch immer das heißt wir nehmen nicht mehr getrennt gott von uns war oben im himmel sondern es wird mehr und mehr so sein dass wir das göttliche wieder in uns spüren dass wir alle das göttliche in uns selbst tragen und dass wir mit gott und göttin jetzt auch wieder spürbar wird und sichtbar wird sie wurde lange zeit nicht mehr gefühlt gesehen geschaut die göttin die wurde es ganz stark in den hintergrund gedreht über zwei bis viertausend jahre jetzt kommt wieder ihrer zeit auch wo sie wieder spürbar wird für uns alle und diese kraft der göttin und des gottes wird jetzt auf augenhöhe sein wir werden jetzt wirklich allmählich mit gott und göttin auf augenhöhe sein und wir werden spüren dass wir alle gott und göttin in uns tragen das war als keinem schon angelegt auch jesus hat damals schon gesagt das reichgottes ist in euch das ist in euch und so werden wir frieden finden aber ich würde mal was sagen das war noch wie ein samen wie ein kleiner keim und jetzt sehe ich das ganz stark diese diese gottes kraft in uns allen so groß geworden ist dass wir wirklich selber wie zu einer schöpferkraft werden und was sich dabei ausbildet ist auch es hat viele auswirkungen hat viele auswirkungen ich kann wirklich sagen ich bin reporterin der geistigen welt ich sage was da oben der geistigen welt gerade für veränderungen passieren und ich dass auf uns auf die welt im einzelnen auswirken wird das kann wirklich sich auf privat leben auswirken auf politik auf wirtschaft auf die natur auf alles ich berichte wie sagt was da oben ist und zeige euch was da hier unten auf uns zukommt ich finde es eine ganz tolle botschaft eigentlich denn es heißt auch nicht mehr dass wir was opfern sollen was auf opfern sonst hast wirklich eine gleichheit das ist die neue basis ganz stark kommt dabei heraus dass auch paar beziehungen davon besonders betroffen sind das heißt ob wir es wollen oder nicht wir können es eigentlich dagegen wehren dass frauen immer weniger akzeptieren wollen dass ein mann über ihnen steht also wenn man eine paar beziehung hat oder auch eine familie das spürt und im patriarchat in den letzten zwei bis vierten jahren war ganz stark eben der mann sozusagen das familienoberhaupt in der patriarch und man sieht schon in den letzten jahren dass das immer weniger für frauen tragbar ist man hat das schon auch durch die zwei weltkriege gemerkt wo es auch wirklich ein männermangel waren viele männer waren gefallen frauen mussten ganz stark das land wieder aufbauen und da hat man schon gemerkt wie stark frauen eigentlich sind und dass wir frauen brauchen auf sie bauen müssen und auch dadurch schon ist die frau wieder in eine andere position gekommen sie hat später arbeitsplätze wieder angenommen was lange zeitlich möglich war aber es ist auch eine innere entwicklung frauen wollen heutzutage nicht mehr so akzeptieren dass ihr partner ihnen übergeordnet ist frauen sagen sie heutzutage ganz viel ich mache so viel arbeit ich kümmere mich um das haus und die familie um die paarbeziehung um die arbeit und trotzdem wenn ich jetzt mal ein bisschen karikieren darf trotzdem kommt mein mann von der arbeit nach haus setzt sich einfach für den fernseher liest eine zeitung und sagt komm guten tag und ich habe vielleicht auch gearbeitet aber ich dazu putze noch ich mache noch das geschirr ich kümmere mich um die kinder was auch immer noch also wirklich eine ungleichheit die für viele nicht mehr tragbar ist heutzutage ich kann ehrlich sagen nur mal als positive frau schau auch für die männer auch männer werden profitieren von einer gleichheit denn männer haben sich in ihrer rolle oft auch nicht wirklich wohl gefühlt ich kann auch sagen in paar beziehungen tut sich glaube ich sehr sehr viel zur zeit es kann wirklich sein dass auch mal was dass auch meine paarbeziehung auseinander geht weil man merkt dass man mit dem partner einfach so nicht weiter kommen kann weil der andere den schritt nicht mitgehen will es kann sein dass sich innerhalb einer paarbeziehung einfach die stellung ändert eure beziehung zueinander will jetzt gewandelt werden und wohin will sie gewandelt werden sie will wirklich auf der basis einer gleichheit jetzt leben das ist also eine ganz starke botschaft die kommt das zweite was ich ganz stark krieg ist wir sollen das leben durch uns durchströmen lassen wir sollen es nicht blockieren das leben will uns eigentlich mit allem versorgen was wir brauchen als menschen mit allem mit einem überfluss das leben will wirklich von oben durch uns durchströmen wirklich ich sehe das wirklich wie so eine wäre eine flut von licht und von fülle die uns wirklich so wie durch den scheitelpunkt im kopf strömen will wirklich die fülle will durch den menschen durchströmen und wir blocken sie momentan noch ab deswegen haben wir manchmal schwierigkeiten kurzer hintergrund dazu ich krieg die botschaft dass seit etwa 10.000 jahren das ist eine lange zeit sehr viele gegenkräfte hier auf der erde zu gegen waren gegenkräfte das heißt wirklich wir haben ja also wirklich unterstützende kräfte wie die engel und kraft hier und alles mögliche kräfte das leben fördern also es ist wirklich die welt besteht nicht nur aus aus materie ich denke wer das sich anhört der ist sie schon trocklar sondern auch aus kräften aus geistigen kräften eben unterstützten kräften die den menschen helfen die der pflanzenwelt helfen die den tieren helfen seit etwa 10.000 jahren hat mir ganz starke gegenkräfte auch jemand könnte sie auch dämonische kräfte nennen wenn man möchte mir gefällt das wort nicht so gut weil es immer so in schwarz und weiß geht es kann manchmal angst machen was gegenkräfte das sind kräfte die manchmal gegen das leben selbst gewirkt haben fast wie bakterien aber es ist es gab kräfte gegen das leben selber gewirkt haben und zwar wieso und warum nicht um uns zu ärgern sondern es geht wirklich darum dass der der mensch entwickelt evolution bewusstseinsentwicklung der mensch sollte im laufe der evolution sein eigenes bewusstsein entwickeln und um ein bewusstsein von sich zu entwickeln vom leben über die natur und auch über gott und was auch immer da ist musste erstmal abgetrennt werden von diesem zusammenhang er musste abgetrennt werden aus seinem leben er musste abgetrennt werden von gott und er musste abgetrennt werden von sich selber das heißt diese gegenkräfte sind wirklich hierher gekommen auf diese erde könnte man sagen vor etwa 10.000 jahren in gestalt von wirklich man möchte vielleicht sagen dämonen das ist wie gesagt man will das wort ich von kräften die manchmal sich auch als inkarnieren könnte durchaus auch als menschen und die wirklich uns erklärt haben dass wir nicht ein sind mit dem göttlichen diese kräfte haben wir wirkt dass wir in einen zustand der trennung kommen dass wir nicht mehr mit gott ein sind und mit dem göttlichen dass wir einen abstand sehen dass gott außerhalb uns ist oder göttin und dass wir getrennt davon sind dass wir auch nicht mehr einfach nur mit dem leben sind mit der natur dass wir rauskommen das ist diese typische geschichte auch mit dem sogenannten sündenfall die vertreibung aus dem paradies da sieht man wirklich in der bibel der mensch war irgendwie in seiner unschuld und irgendwann plötzlich hatte er diese erkenntnis und kommt raus aus dem paradies für mich ist das kein negativer punkt in der geschichte gewesen es ist eher ein evolutionsschritt das witzigerweise schon vor 20 jahren als ich noch künstlerin köln war habe ich schon geschichten darüber geschrieben ist interessant dass mir das thema heute immer wieder so tief kommt und mir die engel das gleiche sagen was ich vor 20 jahren schon eigentlich gesehen habe also die botschaft ganz stark wir mussten getrennt werden wir mussten aus den paradies rausgehen leider um ein bewusstsein über uns selber zu entwickeln und auch gott und göttin und es hat unglaublich viel getan unsere entwicklung durch diesen schritt der trennung wir haben gelernt dinge zu benennen wir haben die schrift erfinden können wir haben theater auch theater ist eine art wie wir uns selbst spiegeln können als menschen das wäre ohne trennung nicht möglich ein tier das ist immer im leben drin das ist im zusammenhang neben zusammenhang drin das könnte kein theater spielen die ganzen künste haben sich entwickelt aus dem aus dem aspekt der trennung heraus das heißt diese trennung vom göttlichen vom leben selbst war für uns ein bewusst ein notwendiger schritt um unser bewusstsein zu entwickeln über uns selbst wir haben diese gegen kräfte die gesamten sogenannten gebraucht jetzt allerdings ist der mensch an einem punkt wirklich ganz klar im jahr 2016 wo der mensch ein so starkes bewusstsein entwickelt hat von sich von seinem leben über die lebensgesetze über gott das göttliche was auch immer über die natur dass er diese gegen kräfte nicht mehr braucht er hat alles entwickelt der mensch wirklich das heißt dass diese gegen kräfte von dieser erde weichen werden ich habe das auch schon spült hier nur schon mehrfach erwähnt gehabt ich sah da schon auch im frühjahr sommer dass dieser zug da ist und das kommt heute jetzt wieder ganz stark und das heißt dass der gedanke der trennen sich wieder aufheben wird wir werden wieder spüren auch das eine konsequenz eben für uns als mensch einzeln wir werden wieder das gefühl haben wir kehren wieder in die einheit zurück wir kommen wieder zusammen mit dem göttlichen wir fühlen uns wieder eins mit dem göttlichen wir fühlen uns wieder eins mit uns selbst mit dem leben es ist ganz klar so wir mussten um das bewusstsein zu entwickeln uns abgetrennt erleben aber dieses abgetrennt sein vom leben auch von unserem nächsten menschen könnte ich sagen vom göttlichen das ist das was uns menschen gedanken gebracht hat von mangel von angst von hass vielleicht sogar von ja auch mangel und genau dieser gedanke dass das ist der trennung ist im grunde das was kriege hervorgebracht hat wenn du dir vorstellst du bist mit deinem nachbarn eins und hast du gar kein interesse mit ihm krieg zu machen denn du bist der eins mit ihm in dem moment wo ich denke der ist anders als ich und der ist so und ich bin so und vielleicht ist der sogar doof ich bin gut oder der ist negativ ich bin gut da entstehen kriege in dem moment wo ich mich abtrenne von genau diesem fluss des lebens von dem ich gerade sprach und dem bremse weil ich plötzlich denke ich weiß es besser ich muss das leben kontrollieren ich muss genau was passiert das leben ist nicht gut gott ist vielleicht nicht gut das göttliche ist nicht gut ich muss als mensch alles selber aus mir hervorbringen da bremse ich diese kraft des lebens die positiv durch mich durchfließen will in dem moment wo ich das wieder zulasse dass das leben durch mich durchströmt wird sich alles wandeln also diese botschaft wie gesagt schon seit einigen tagen wochen statt deswegen möchte ich hier durchgeben und was besonders schön ist das ist jetzt wirklich ein weihnachtsgeschenk finde ich für die menschheit ich habe mich ehrlich gesagt mein leben lang immer tief mit der bibel beschäftigt ich hatte immer eine ganz tiefe beziehung auch zu gott und ich habe manches in der bibel gerade im alten testament manchmal ein bisschen kritisch betrachtet und habe mich immer so bemüht habe gesagt das ist manchmal ziemlich hart was steht gerade im alten testament auch diese zehn gebote das muss man heute schon so differenziert betrachten gibt es da nicht was neues na also so frech bin ich da erstes geburt du sollst dich töten ja aber da muss man schon wieder sagen in notwehr zum beispiel bin ich vielleicht doch wieder genötigt jemanden zu töten was ist das eigentlich dann du solltest den nächsten das nächste seine frau nicht wegnehmen du solltest deine eltern ehren ja aber wo sind die kinder muss die auch ehren also ich möchte ich möchte nicht negativ machen aber ich habe immer gemerkt für mich stimmte da was nicht mehr so ganz ich habe das gefühl da brauchst eine erneuerung und ich habe schon lange gebeten könnt ihr mir nicht sagen gibt es da nicht irgendwie was neues und für uns wir sind ja weiter gegangen seit der zeit der alten testament auch das neuen testament das ist jetzt wirklich über 2000 jahre weiter als christliche geburt wissen über zwei bis dreitausend jahre weiter als moses was gibt es da und da habe ich wirklich vor einigen wochen ich glaube so im oktober ich weiß gar nicht ob ich das dazu geschrieben habe ich also einen tag und eine nacht am meer verbracht und da ist mir wirklich was ganz schönes durchgegeben worden ist nämlich nicht zehn gebote für die menschen sondern zehn rechte sozusagen also nicht zehn rechte sind rechte die menschen finde ich also ganz toll das heißt heutzutage 2016 bekomme ich statt gebote für die menschen etwas ganz anderes durch nämlich die rechte sozusagen das menschen man hat das mit dem moment durchgegeben als den göttlichen plan der für die menschheit verwirklicht werden soll und es sind sechs punkte und die möchte durchgeben das erste allen menschen sollen frei und glücklich sein erstens alle menschen sollen frei und glücklich sein zweitens jeder mensch soll genügend zu essen haben ein würdiges zu hause freunde und familie zweitens jeder mensch soll genügend zu essen haben ein würdiges zu hause freunde und familie drittens jeder mensch soll von einer gemeinschaft getragen werden jeder mensch soll von einer gemeinschaft getragen werden viertens jeder mensch soll sich voll entfalten können und seine göttlichen gaben verwirklichen und mit anderen teilen können jeder mensch soll sich voll entfalten können seine göttlichen gaben verwirklichen und miteinander teilen können fünftens jeder mensch soll sauberes wasser saubere luft und saubere erde zur verfügung haben und auf einer gesunden erde leben können jeder mensch soll sauberes wasser sauberer erde zur verfügung haben und auf einer gesunden erde leben können sechstens jeder mensch soll in wohlstand leben und geliebt und geachtet sein das ist also der göttliche plan für die menschen sozusagen an dem ich selber hier mit arbeiten möchte dass er verwirklicht werden kann hier auf der erde auch wenn das noch ein bisschen arbeit braucht und zeit aber die zeit haben wir ja und man kann auch sagen es sind die göttlichen rechte es sind dies die göttlichen sechs rechte des menschen die mir durchgegeben worden in oktober 2016 ich möchte hier wirklich weiter schenken an euch alle mit so wirklich über veröffentlicht weil es ganz toll finde und möchte sagen diese göttlichen rechte die gelten für jeden einzelnen hier für jeden ausnahmslos und es ist der wunsch wirklich gottes oder der göttlichen das lebens wasser man dass diese rechte für jeden einzelnen hier zur wirkung kommen das leben will durch uns durchströmen und uns das zuteil werden lassen und je mehr wir uns dem leben öffnen und je weniger wir jetzt noch blockieren und kontrollieren wollen und sagen nee das muss aber so und so sein desto mehr wird uns das wird das sich in uns verwirklichen wir werden also wirklich wieder in die fülle kommen viele von uns leben im mangel es kann auch ein mangel sein an lieber an zuneigung an zuwendung an respekt an freundlichkeit auch materiell an finanzen was auch mal wir leben ganz viel im mangel und in dem moment wo wir das leben wieder durch uns durchströmen lassen werden wir wieder in die fülle kommen und das bekomme ich da auch als botschaft wenn wir das leben durch uns durchströmen lassen wird sich dies erfüllen diese sechs rechte für uns alle wir sollen dem leben nichts mehr in den weg stellen das wichtig ist dabei dass wir um uns dem leben nicht mehr im weg zu stellen detox 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 machen sollen das heißt wirklich möglichst mit allen alten geschichten aufräumen die wir noch haben mit uns alle alten traumata alle alten geschichten die uns noch ärgern stören aus unserer kindheit jugend erwachsenen alter möglichst auch aus familien und allen geschichte und wenn es geht wenn ihr soweit kommt auch aus der inkarnationsgeschichte die ihr habt jeder ist hier schon mehrfach wieder geboren auf die erde und wenn euch daran wagen wollt seid ihr wirklich gut beraten alle alten geschichten aufräumen alles was da noch schief hängt alles was euch noch belastet alles was da noch ärger bereitet oder schmerz oder wehtut oder so alles bereinigen detox 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 wirklich detox heißt reinigung entgiftung im grunde reinigt euch von dem reinigt eure eure gedanken von allen negativen wirklich von allem zweifel vor allen dingen der uns so getrennt hat im grunde vom leben von allen negativen von den negativen gedanken gefühlen energien dann wird das leben kommt durch durchströmen und jeder wird in fülle in glück und gesundheit leben das ist also die botschaft 2016 ich sag jetzt schon mal ein bisschen zu weihnachten von der geistigen welt ich wünsche euch alles gute nehmen euch dick in den arm und genau bis dann alles gute tschüss baka Vielen Dank.